Servus meine lieben Profis und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey hier auf der Nintendo Switch. Wir haben genug Monde und wollen abhauen. Wir ziehen Leine, Leute. Ich glaube, viel haben wir nicht mehr vor uns, bis das Spiel durch ist. Wenn ich mir das mal so angucke, so langsam wird da raus ein Ballon statt, nur ein Segeltuch oder was auch immer das am Anfang war. So langsam... So langsam... Die Odyssey hat mehr Leistung. So langsam könnte ich mir vorstellen, als echt dem Ende hingegen geht. Naja, aber wir werden es erleben. Wir werden es sehen. Ich bin super gespannt. Wo geht es hin? Was haben wir da? Schleimland. Bowser kann nicht auf ewig vor uns davonlaufen. Nee, das stimmt allerdings. Alles klar. Wollen wir da mal hin. Mal schauen, was uns erwartet. Mal schauen, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Also so wie es aussieht, fehlen uns jetzt noch so drei, vielleicht vier Länder. Bis wir dann fertig wären. Sieht zumindest so aus. Ich denke, ich denke, drei. Okay. Reisetipps. Springen und mach den Hechtsprung. Dann rennen. Rennen, duck dich und springen. Dann machst du dann Hechtsprung. Okay. Hechtsprung. Hechtsprung. Ein toller Hechtsprung. Ähm, ja. Soviel dazu. Schleimland. Hm. Na okay. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Da oben sind diese komischen Häschen schon wieder, indem wir einer auf die Mütze geben sollten. Im besten Fall. Und wir brauchen ziemlich viele Monde diesmal. Ich glaube, das haken wir nicht so einfach in einer Folge ab. Aber wir geben unser Bestes in dieser einen Folge. Ich muss mal eben ganz... Ich bin mal eben so ganz dumm und muss mal was ausprobieren. Das habe ich mir gedacht. Das ist wie Lava quasi. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt enttäusche ich mich nicht. Chaka. Wir brauchen super viele, viele Monde wieder diesmal. Ich sage ja, das haken glaube ich nicht so einfach. Huäh, Hilfe. Hi. Hi. Okay. Huah. Das war so nicht geplant. Oh. Okay. Belustigen wir uns mal besser nicht mit ihm weiter. Gehst du wohl weg? Huäh, Hilfe. Huäh, okay. Ich muss erst mal noch hier mich mit der Situation hier akklimatisieren. Wie kann ich jetzt hier weiterkommen? Okay, das bringt mir irgendwie nicht allzu viel. Okay, ich bin so gut wie tot. Aber okay. Ha. Ich weiß gerade echt noch nicht so ganz, wie ich da rüberkommen soll. Okay, so nicht. Ich glaube, ich soll da gar nicht rüber. Ich glaube, ich soll irgendwo hier hin. Aha. So ein Ding ist das also. Verstehe. Verstehe. Okay. Okay, das scheint schon direkt jetzt Bosskampf zu sein. Das ging aber ziemlich schnell. Bosskampf in Anführungsstrichen. Okay. Okay. Nachschlag. Jetzt wird hier aber mal richtig nachgeschlagen. Verrate ich dir aber wohl. Okay, das ging schnell. Nice. Ich könnte ihm bestimmt jetzt auf die Rübe springen, oder? Hübs. Okay. Das war doof. Das war ein bisschen doof. Aber okay, das passt schon. Sind wir halt mal draufgegangen. Okay, der Weg ist zum Glück super kurz. Fällt mir gerade auf. Ja gut, wir könnten ja eigentlich hier einmal à la Dark Souls durchsprinten. Und dann sind wir schon ziemlich schnell da. Also da brauchen wir tatsächlich jetzt nicht unbedingt ein Ding ins Führ. Wie heißt das? Ein Fähnchen hier. So ein Checkpoint. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, das möchte ich gerne überspringen. Okay, perfekt. Ich denke, zwei, drei Mal werde ich das wieder machen müssen. Okay. Okay, der setzt sich jetzt wieder in die Mitte. Was er ja ruhig machen soll. Schleimt mir wieder alles zu. Okay. Ja gut, das ist ja relativ simpel jetzt. Wow, okay. Okay, jetzt geht er wieder in die Mitte. Schleimt wieder alles zu. Der ist ja genau wie beim letzten Mal eigentlich ziemlich easy going. Der war beim letzten Mal glaube ich auch nicht so sonderlich schwer, oder? Ich bin dann höchstens auch wieder einmal draufgegangen. Das passt schon. Okay, cool. Und mal wieder haben wir Häschen vermobst. Das ist doch in Ordnung. Und kriegen wir einen Mond dafür. Ja, nur einen Einzelnen, okay? Kein Power-Mond. Kein Power-Mond. Äh, kein Multimond meine ich. Na gut. Zweiter Mond. Chaka. Und da kommt eine Brücke hoch. Das finde ich doch super. Unter den Käsefesseln. Okay. Das ist ein interessanter Name. Interessanter Name. Definitiv. Ddlós. Dlululul. Was kann das? Okay. Keine Ahnung, was das kann. Äh. Was duftet hier so lecker? Das weiß ich noch nicht. Erstmal der Checkpoint hier. Würd ich behaupten. Gehen wir mal hier hoch Hier entlang Na ihr Was ist denn los Siehst du den Batzen Fleisch Klar siehst du Sieht ja ein Blinder Aber ein Glück schillerte der Vogel Der hat ihn noch nicht bemerkt Okay Okay wir haben hier wieder eine etwas größere Aufgabe Ich merke schon So Wie komme ich jetzt am geschicktesten Sieht irgendwie ziemlich cool aus Ah ok Perfekt So komme ich hier hoch Verstehe Wie komme ich da dran Was muss ich dafür tun Ahm ok Wow Hilfe Ich bin gerade am überlegen Was muss ich dafür tun Aua Du kleine Sackrate Na komm Halt dich doch oben fest Hilfe 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 Na Na mit dem kann ich halt leider irgendwie nicht so viel anfangen Na komm Ich weiß nicht mal wie ich da hochkommen soll Hilfe Okay Versuchen wir es erstmal hier Vielleicht hilft mir das hier weiter Und meine Nase juckt schon wieder Ich hasse es Ups Ähm Ja Okay Okay das kann ich nicht so einfach wegschieben Ich kann es auch nicht zerstampfen Aber irgendwie muss ich da reinkommen So den habe ich Ups Das war jetzt nicht so der Plan Ich wollte da wieder raus So weg damit Ich bin gerade so ein bisschen überfragt Wo ich hin muss Okay da hoch scheinbar nicht Ich finde diese Map gerade ein bisschen verwirrend Okay Hm Ja Geh mir aber bitte nicht auf die Nerven Oh der kann hoch springen Das ist gut Ja Ja moin Ruhig mal hier alles ein bisschen zerstören Okay Das ist cool Das ist Das ist interessant Ich mache immer alles kaputt Scheißegal Klick klack So dann dürfte ich jetzt aber diesen Mond da unten freigeschaltet haben Oder sehe ich das richtig Ich sehe das richtig Aha Okay Ich glaube so langsam komme ich ein bisschen mit der Map klar Das ist in Ordnung Das ist auch ganz gut so Gehen sie mal weg Ich muss hier mal sowas wie einen Mond einsammeln Das ist wichtig Perfekt Perfekt Ein Mond für dich So was passiert jetzt Oh da kommt was raus Das ist cool Kann ich quasi jetzt auch da hoch gehen Richtig Und ich sehe da einen Multimon sogar drin Ich wette Wenn es einen Multimon gibt kann das nicht allzu einfach sein Dann wird das irgendwo einen Haken haben Moment Hier kann ich ja mit einem Hut gegen kloppen und das ganze Ding aufmachen Oh hier haben wir wieder so eine Art Mini Level Boah jo Genau das war mein eigentlicher Plan Wow okay das ist sehr sehr filigran hier Boah und diese Steuerung ist ein bisschen sehr schwammig hier Puhu Tschüss Hilfe Und ab geht's Scheiße Scheiße Okay Es ist in Ordnung Schaffen wir schon Bis jetzt sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen Wie ich finde Selten gestorben Und das jetzt gut durchkommen nennen kann Ich weiß ja nicht Egal ihr wisst was ich meine Dafür dass ich eigentlich nie Controller spiele Und was weiß ich Bin ich jedoch mittlerweile ganz gut Durchgekommen Puhu Okay Und Hoppa Boah jo Na okay Her mit dem Mond Okay cool Vier Stück von Ich weiß gar nicht wie viele wir brauchen insgesamt Und bin doch gerade auch ein bisschen zu faul zum nachzählen Aber das ist in Ordnung Den Mond haben wir uns auf jeden Fall gesichert So Weiter geht's Wer wird der nächste Mond sein Da komme ich doch jetzt bestimmt irgendwie nur mit diesem Ups Ne Moment mal Wie war das nochmal mit dem Ja Hallo Gehst du da mal wieder Danke Ne warte mal Wie war das jetzt nochmal mit diesem Cap Jump Oh ich bin zu glück dafür Hey ich weiß es nicht mehr Ah so war das Ah so war das Okay Genau Genau so Da bin ich schon mal wieder oben Äh Das war fast gut Würde ich behaupten Hm Oder muss ich da mit so nem Mit so nem Springe-Ding hier hochkommen Ich weiß es nicht Vielleicht mache ich es mir auch gerade wieder schwerer als ich muss Komm ich wette ich muss mit dem Kollegen da oben da hoch So komm wir versuchen es einfach auf die rationale einfache Art und Weise Ja damit Ich wette ich muss sowieso nur mit dem hier hoch Alles andere ist scheißegal wahrscheinlich Okay komm her Wie er hier rumpüpft ey Ich finde ihn ja irgendwie lustig So ich habe jetzt irgendwie diese Ich habe jetzt gerade irgendwie im Ruin Dass hier was in diesem Käse ist Irgendeine Pflanze Was kann das Oh Okay komm Wir nehmen dich mal wieder mit Ups Der ist ein bisschen hinüber Aber wohin mit dem Ding Ha Guck weg So her damit Ich brauch dich mal eben Ähm Ich muss hier irgendwie hochkommen glaube ich Ja muss ich Das war jetzt nichts sonderlich schwer herauszufinden Dass ich hier hoch muss Hä Hilfe Nein, ey. Jetzt hör doch auf, damit du blödes Mistvieh. Ich soll grad sagen, ey. Jetzt wird's aber langsam dünn. Wie benutze ich denn die Dinger hier? Die sind irgendwie auch noch ein Rätsel, ein kleines. Hm. Ich glaube, ich habe keine Ahnung. Alles klar. Okay. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ihr kennt das Video, bewerten, kommentieren und Videobeschreibung angucken. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer Niko-Typ. Cheerio.